weihnachtsig likes da poppen die fische drinnen für beautiful pictures ich hatte dafür nur 33 ja heute wissen welches dann guck mal jetzt mal freund hat sie ganz viele neue accounts gemacht an oder drüben steht schon er legt sich hin du schießt auf mich ich kann dich sehen ich bin drauf und hat sie nicht vor mir 82 steht bei mir bloß nicht selbst natürlich direkt schon vor mir und zielt auf mich jetzt im ernst ja ich habe gerade zu dem gesagt weh du schießt auf mich ich kann dich sehen wenn jetzt erst mal innen bald aber ich habe schon ganz schön viel essen gefunden vor euch jungs yo das ist perfekt ich habe sondern nicht wirklich viel gefunden aus einer jacke und eine alte verstrubbelte hose die genauso gut ist wie meine alte eine alte alter wie redest du mit deiner freundin dem lady wo wir gerade rausgegangen sind da ist noch alles voll bin auch in einer stadt siehst du die große kirche in der großen stadt bin ich nicht nur ganz klein dann schaue ich mal dadurch noch irgendwie ein paar klamotten ja auch fischen kann ich mache jetzt immer auf inda wenn mir einer entgegen kommt ich habe eine brille geil ja ja rassismus wird gelebt also dann machen wir weiter im klischee ist macht doch mal schwarze nach und sonst was will noch jemand die 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 designer sombrille ich bring mal euch eine designer sombrille mit die annie redet und wir wir machen egal ich weiß ich merke das schon an die an die eine pudel mütze ja die ist eine pudel mit so irgendwas zum sprühen habe ich gefunden ja ich auch auch ich habe eine wasserflasche und noch eine pudel mütze ihr wollt doch wohl nicht auspacken desina schwammendich kampfverstand kampfkulass weil wenn man wirklich so vielleicht so ein paar skin mods machen könnte wäre schon prall wäre auf jeden fall ganz ganz witzig wenn also die ganze sauspark charaktere herum bringen super da steht ein feuerlöscher im weg und ich komme da nicht durch dann nimm nur eine hand ja ich habe ja jetzt eine pickaxe mal eine auf minecraft ich habe einen krone und ich habe einen zombie kann ja nicht sein dass der mich gesehen hat er stand am schrank am strand ach verdammt ich muss ja ich vergesse man auch noch vorher leertaste was dort muss alter himmel auf den sack du scheiß zombie ich klopke die also kann ich diese perfekte flasche nicht aufnehmen wo ist der wo ist der ah der ist durch den zaung geblitscht so ich bin jetzt hier irgendwo an einem an einem an einem hier ist ein spieler mit einer heugabel nahe naja was ist das denn ist das tampons ja der zombie läuft mir hinterher ich glaube das echt nicht vom strand aus hat er mich gesehen und hier steht direkt einer pascal hasse strong puls hm wo hast du den gefühlt ja du kannst doch wenn du nehmann stehst hm oh dein penis ist kräftig er pulsiert hm 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 ok wo bist du denn jetzt ich bin gerade im krankenhaus wo ist denn das heil dich ruhig erstmal keine tischen das ist das problem wo ist denn eure kirche ich habe fast scheiß kirche gesagt aber wie kannst du bloß unsere russisch orthodoxe kirche beleidigen also ich habe so eine maske für die und einen brechstein brechstange in der hand also nicht abstrecken wir sind ja minuten lang ein zombie haben beackern der mit einer heu gabel ich mit einem feuerlöscher und der kippt mich um ich gehe zur kirche da warte ich auf dich ok dann laufe ich jetzt auch zur kirche und da ist eine statue an einer statue werde ich stehen man kann ja in die kirche rein dann gehen wir mal in die kirche machen wir mal einen auf priester auf pope den hat es erwischt das ist mein platz hier doch das ist mein platz ich sehe den mund sich bewegen aber ich höre leider gar nichts kirche drin und guck dir jesus gerade an dann sind wir bei einer kirche weil meine kirche ist zu die kannst du nicht aufmachen schade so hab jetzt mal den game und übertrag ein bisschen höher gestellt das ist schade leider gar nichts leider gar nichts was denn macht man die wenn er hier mit den anderen spieler du blut ist übrigens immer noch leider auch kein t-shirt mehr bei falls du noch ein t-shirt hast da kannst du zerreißen dann hast du rex und damit kannst dich was hier viel loot lecko mio brauchen rucksack so habt ihr gerade mal da dahin gelegt damit die kannst du dann einfach mit rechts gehen und dann kannst du dich da hallen ja ich weiß hat mir gerade auch schon wohnen von mehreren leuten direkt erschossen andy hat einen neuen freund das ist ja cool andy macht ja auch liebe liebe ja denn loch ist loch oh ja das hatte ich gerade auch gehört und dieses loch hat sogar gerade noch geblutet da brauchen wir keine dings vaseline der andy redet so Pascal fragt ob wir zusammenarbeiten sollen und er hätte TS ja ja äh nein weiß er nicht entscheidet ihr ne 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 sorry ich bin schon mit ein paar anderen leuten verabredet wir versuchen uns nur noch irgendwie zu finden kannst aber natürlich gern mitkommen ja denn ich bin voll super auf mich zu messen das sag ich dir auch immer was kann passieren wenn das mikrofon welches zum beispiel auch ein TS verwende ich doch nicht nicht als standard mikrofon eingestellt ist bei daisy beziehungsweise im windows weppen clean hey das war noch ein hallöchen tot hallo ähm was willst du mit der pistole hallo richtest du sie auf mein koch oh hallo hallo liebe mich nicht tot na du ist schon weg hat er eh keine waffe also dann braucht man nicht so unbedingt angst zu haben vor ja ich hab hier eh vor keinem angst nehm was soll mir denn passieren und ich sterbe also der einzige von dem ich der einzige von dem ich der einzige von dem ich angst habe ist der typ der gesagt hat Loch ist Loch ja von dem habe ich auch der einzige von dem ich wirklich richtig schiss habe ohoho mein arm tut weh ne ne da war nicht ganz dadurch machen da zombie vorsicht oh ich hab ein seil ach ne axt endlich wäre ganz nett wenn dieser komische feuerlöscher ist echt Mist ich hab endlich die heilige axt ich hab auch ne axt aber der hat die bei mir direkt in die hand genommen perfekt danke ich würde sagen ah so ach schade dass ihr nicht hier seid hier kann man so geil looten wish you were here schade ne sichel ist schon mal nicht dafür geeignet um irgendwelche Dosen aufzumachen und auch nicht um irgendwelche Zombies zu töten ne ne sichel? ist die so schlecht? die ist richtig schlecht hab ich jetzt ein video mit gesehen ey hier ist ein hier ist ein Dave Dave? ne ist ein fernseher sah nur aus wie ein safe von ach safe ich hab Dave verstanden ja Dave hallo Dave Dave lange nicht gesehen spieler magnus verliert verbindung ah endlich Garagen da findet man super Sachen wisst ihr jetzt grad wo ihr seid? nein ach schade aber Kirchen gibt es eigentlich nicht so viele fast in jeder Stadt oh Polizeistation jaa also das ist auf also ne Polizei gibt es auch einen kleinen hier wurde schon gelootet ein Tonne ist da ja bitte ich seh jetzt auch aus wie ein Pedo der alte Pedo hallo ne vergammelte Kiwi willst du rosa Bonbons? keine Ahnung wo ich dafür spiel ich dann einfach zu selten dass ich mich hier schon so gut auskennen könnte also ich spiel es auch nicht häufig nur ab und ganz ganz selten mal mit dem Freund von meiner Schwester mit Chris genau das wurde irgendwie letztens die Eevee gefilmt oder fotografiert auf der Autobahn jaa da hat sie an der Muschi erkannt in der Heckscheibe ja was angeblich ein Donut sein soll ja jaa da ganz aus der Nähe betrachtet ist es sogar najaa nein das ist halt dieser Hummer Donut das ist ne böse weil Simson sah noch wie ein Donut aus ähm ich überleg grad wo lang ich hab schon wieder irgendwas gehört zombie mäßig wo bist du Brett? ich hab so Angst Gott ich seh so scheiße der lebt noch, der lebt noch erst wenn sie auf den Rücken fallen sind sie tot die Zelle ist leer also ist hier einer drin gewesen verdammte Scheiße Aua Bödi 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 Aua scha- ich heil mich mal eben schnell Bödi 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 Aber wo? Verdammt, ich hab die Position verfehlt. Seit zwölf Sekunden keine Nachricht. Keine Nachricht, hab ich auch. Okay. Stimmt, der Typ hier bewegt sich auch nicht mehr. Ja, ich auch. Keine Nachricht. Und ich blute gerade. Was? Lass mich doch einfach spielen, Weib. Ne, sieht böse aus. Ich versuch mich nochmal schnell... Naja, Quatsch, bringt da nichts mehr. Egal, wie ich die Position ändere. Ne, jetzt muss ich gleich eh am besten sterben, weil ich schon sehr grau bin. Da müssen wir eh raus. 43, keine... Sie kommt keine Nachricht. Ja. Haben wir heute ein Glück. Ja. Aber das Internet ist noch nicht abgebrochen, möchte ich jetzt leider reden. Ja, das stimmt, das stimmt, stimmt. So, dann suchen wir mal einen anderen Server. Ja. Dann suche mal und ich warte hier. Die Irrenanstalt hätten wir noch zur Verfügung. Die Kartoffel-Crew. Erst reden, dann schießen. Ja. Hey, ich erschieß dich jetzt. Es kommt auf mich zu. Schieß, schieß. Ja, genau. Ja, genau. Hängst du als Sniper-Hebung um die Birge? Kommt auf mich zu. Fünf. Oh ja. So, ich bin auf dem Server. Aktualisieren wir mal. Jawohl. Erst reden, dann schießen. Katze, Katze, was machst du? Oh Gott. Hat das schon wieder eine Maus angeliefert? Nein. Die Waufen... Jetzt werde ich gerade... Ich lasse mich jetzt verprügeln von Zimtchen. Ihr feuert, redet mit den Leuten. Das ist gut. Also ich meine, ich bin ja als Single-Mann, zockt man in der Regel nur in Unterhose. Ja. In ein T-Shirt. Meine Katze wollte jetzt vom Rechner auf meine Beine. Oh, okay. Sie ist abgerutscht. Oh, okay. Sie hat sich festgekriegt. Ei, ei, ei. Aber hat zum Glück nur ein bisschen Haut erwischt. Hast du geweint? Aber nicht von meinem Bein. Von deinem... Das tat weh. Nicht ganz, ein kleines Stückchen tiefer. Von den... Oh, von den... Genau. Von den Kronenjubeln. Da ging so... Ei, ei, ei. Oh, ich bin... Ich glaube, ich war bei... Lumber Mill oder sowas. Also interessant. Also mit der Faustkrieg sind wir so schnell wiedergeknüppelt. Ja. Habe ich auch immer schneller geschafft damit. Oh, ich habe Combat Boots gefunden. Das ist gut. Ich habe Please Wait gefunden. Das ist noch besser, bitte. Ja. Und ich verblute. Das ist am besten. Hallo, I'm bleeding. Help me. Hallo, have you some blood? Have you some blood for me? Hallo. Der Server kostet viel. Oh, interessant. Noch ein zombie. Hey, komm ja. Ich verprügel dich. Bitch slap. Bam. Oh, schön. Jetzt ist hier alles zu. Oh, essen. Ja, essen ist das geringste Problem. Ja, der nächste zombie verprügelt. Oh, ich habe eine Zucchini gefunden. Nom, 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 nom. Necronom, nom, 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 nomikon. Necronomikon. Necronom, nom, nom, nom. Eat all. Habe ich gerade auch gemacht. Mach ich immer. Oh, jetzt bin ich bewusstlos. Gerade, wo ich meine Pepsi trinken wollte. Ja, passiert mir jedes Mal. Ja. Das habe ich auch ständig auf der Arbeit. Ich mache die Dose auf. Zack, war ein paar Stunden weg. Ja, wach auf und denke, oh, Feierabend. Ja, und da kommt dein TK, Andi. Du hast heute wieder richtig gut gearbeitet. Ja, der eine Fall, der seit morgen durchläuft. Ach, du rechnet ja eh raus. Yay, ein schöner blauer Turnister. Oh, ich bin tot. Ich hoffe, manch wurde nicht erschossen. Wobei, egal. Super, ich habe einen Turnister und so einen Waffengurt. Yay. Ich gehe in den USA zur Schule. Der läuft aber auf jeden Fall besser, der Server. Ich kann mich hier besser bewegen. Der war gut. Der Waffengurt? So. Ich höre schon wieder ein Zombie und ich sehe ihn nicht. Ja, dieses Gebäude, Mann, ne? So. Jetzt sehe ich ihn. Ah, ich bin in der einen Stadt, die ganz oben links ist. Ah, wirklich ganz oben links. Eine ganz große ist das auch. Wenn ich mal einen Strafenstel finden würde.